Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem Video habe ich schon mal ein bisschen reingespickt, gibt es viele Fragen, die mit Zahlen zu tun haben. Also keine Antwortfragen, die man einfach nur so ankreuzen muss, sondern du musst die Zahl dann selber eintragen. Und wenn du die nicht weißt, dann kommst du mit Raten in der Prüfung da auch nicht hin. Aber jetzt machen wir erstmal da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Falls du irgendein Video verpasst hast, klick oben rechts auf das I, da kommst du dann auf die Playlist und kommst zu den restlichen Videos. Und falls du Probleme hast, die Fragen zu lernen und zu verstehen, dann hast du unten in der Infobox einen Link zu meinem Videokurs. Was müssen Sie nach einem Wildunfall, zum Beispiel mit einem Reh tun? Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern. Ohne anzuhalten, weiterfahren. Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten. Okay, also Warnblinklicht ist ja klar. Wenn du dich oder anderen in Gefahr siehst, dann machst du natürlich das Warnblinklicht an. Einfach weiterfahren darfst du nicht. Du musst sogar tatsächlich die Polizei oder das Forstamt anrufen und davon unterrichten. Ja, nur mal vom Forstamt weiß ja jeder. Also klar, du rufst die Polizei an und die kümmern sich dann um das Tier. Bei schneller Autobahnfahrt platzt ein Reifen an ihrem PKW. Wie verhalten sie sich? Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und vorsichtig abbremsen. Sofort Vollbremsung durchführen. Anschließend auf den Seitenstreifen wechseln. Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten. Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen. Also klar, nichts Unüberlegtes machen. Das Gas wegnehmen. Möglichst gerade halten das Auto. Du musst wahrscheinlich etwas gegenlenken. Das haben wir auch im letzten Video schon besprochen. Der Reifen, der geplatzt ist oder platt ist, bietet mehr Widerstand. Und dementsprechend zieht das Auto dann auch in die Richtung. Und du musst dann eventuell ein bisschen gegenlenken. Also auf gar keinen Fall eine Vollbremsung machen. Und natürlich, wenn es geht, auf dem Seitenstreifen stehen bleiben. Klar. Also nicht direkt auf der Autobahn. Womit müssen sie hier rechnen? Okay, da vorne endet gleich der linke Fahrstreifen. Also der linke geht in den rechten über. Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden. Genau, der wird auf den linken Fahrstreifen wechseln, klar. Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der Unterführung. Mit dem Ende des rechten Fahrstreifens. Also, klar, der linke wird rüber wechseln. Verdichtung des Verkehrs. Ja, also du musst bedenken, es sind ja zwei Fahrstreifen. Und es geht von zwei Fahrstreifen auf einen Fahrstreifen. Also normalerweise sollte dann hier, wo die Engstelle zu finden ist, der Verkehr dichter werden. Aber man sieht es ja nicht. Also es könnte natürlich auch hinter der Brücke oder der Unterführung das auch auftreten. Von dem her. Ja, wir klicken das jetzt einfach mal an. So, rechter Fahrstreifen edit nicht. Nein, der linke ist es. Genau. Wie müssen sie sich hier verhalten? Also wir verlassen die Autobahn und wir sind noch wesentlich zu schnell. Wir haben hier 80 kmh drauf. Du weißt ja, dass du immer mit dem dritten Gang auf die Autobahn drauf fährst und wieder runter fährst. Also spätestens hier sollte schon längst der dritte Gang drin sein. Und wir müssen natürlich noch viel mehr Geschwindigkeit vernichten. Geschwindigkeit nochmals kontrollieren. Gegebenenfalls abbremsen. Erst in der Kurve abbremsen, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Also der Verzögerungsstreifen ist natürlich zum Verzögern, also zum Bremsen da. Dementsprechend wird natürlich davor, also immer vor der Kurve, die Geschwindigkeit angepasst. Hier bildet sich ein Stau. Wie verhalten Sie sich richtig? Es geht bestimmt um die Rettungsgasse. Soweit links wie möglich fahren, um rechts Platz für eine Gasse zu machen. Möglichst Warnblinklicht einschalten, um nachfolgende Fahrzeuge zu warnen. Soweit rechts wie möglich fahren, um links Platz für eine Gasse zu machen. Also mit dem Warnblinklicht ja schon. Allerdings dürften die Leute das hinter dir auch schon langsam gecheckt haben. Aber natürlich, Warnblinklicht ist richtig. Und da wir uns auf dem mittleren Fahrstreifen befinden, müssen wir möglichst weit rechts fahren. Fährst du auf dem rechten auch möglichst weit rechts und fährst du auf dem linken dann möglichst weit links. Was müssen Sie tun, wenn Sie bei einer nächtlichen Fahrt auf freier Strecke Ermüdungserscheinungen spüren? Liedschwere, Frösteln, plötzliches Erschrecken und so weiter. Fahrt für ausreichende Pause unterbrechen. Radio einschalten und weiterfahren. Ja, gut. Geschenkt, oder? Was wirkt auf langen Fahrten der Ermüdung entgegen? Da musst du aufpassen, es kann auch dort stehen, nicht entgegen. Rechtzeitige und ausreichende Pausen. Kaffee trinken statt Pausen. Gymnastische Übungen während der Pausen. Also Pausen und Bewegungen. Was kann die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen? Spannende Sendungen im Autoradio. Starke Emotionen, zum Beispiel Freude, Ärger, Ungeduld. Lebhafte Unterhaltung. Also ganz klar alles, was dich ablenken kann und dementsprechend kreuzen wir hier alles an. Was lenkt sie während der Fahrt stark ab? Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen. Telefonieren. Anzünden einer Zigarette. Alles lenkt dich ab. Alles kreuzen wir an. Ein Langsamfahrer hindert sie am schnelleren Vorwärtskommen. Was ist richtig? Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum Überholen kommt. Ich fahre ganz dicht auf, um den Überholweg zu verkürzen. Ich fordere ihn mit der Lichthupe auf, schneller zu fahren. Also er bleibt natürlich ganz cool und wenn es eine geeignete Möglichkeit gibt, dann überholen wir ihn ganz normal. Auf keinen Fall irgendwie provozieren oder dicht auffahren. Das ist verboten und natürlich auch sehr gefährlich. Woran erkennt man den guten Fahrer? Er nutzt jede Gelegenheit zum Überholen, andere abzuhängen und seine Überlegenheit zu zeigen, auch wenn seine Fahrweise mit Risiken verbunden ist. Er fährt rasant, um sein Können zu beweisen. Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und gelassen und verzichtet darauf, sich als Überlegen zu zeigen. Ja gut, die war jetzt auch geschenkt. Warum wirkt sich umweltschonendes Fahren im Allgemeinen auch auf die Verkehrssicherheit günstig aus? Na, das ist eine gute Frage. Weil beim Fahren mit alternativen Kraftstoffen nur langsam gefahren werden kann. Das ist natürlich Quatsch. Weil beim umweltschonenden Fahren hohe Geschwindigkeiten vermieden werden, sodass gefährliche Situationen seltener auftreten. Da muss ich gleich was dazu sagen. Das muss nicht damit... Also, ja, wir kreuzen das an, das ist richtig. Aber im reellen Leben hat das eigentlich nicht unbedingt was damit zu tun. Weil dabei vorausschauend gefahren wird, sodass etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb besonders gut vermieden werden können. Das ist auf jeden Fall eine richtige Antwort. Und bei der zwei hohe Geschwindigkeiten werden vermieden, das ist ja Quatsch. Ich kann mit meinem Elektroauto auch 250 fahren und es dann mit Windkraft wieder aufladen. Also, naja. Ein Pkw überholt leichtsinnig ihre Kolonne. Wegen Gegenverkehr will er vor ihrem Vordermann einscheren. Dieser ärgert sich und macht dicht. Was machen sie? Nichts, denn ich bin davon nicht betroffen. Ich gebe nach und lasse den Vordrängler einscheren. Auch ich mache dicht, um dem Vordrängler einen Denkzettel zu verpassen. Also, wir verhalten uns natürlich immer partnerschaftlich und wer weiß, der wird schon seine Gründe haben. Vor Ihnen fährt ein Lastzug, der rechts blinkt. Hinter Ihnen drängelt ein ungeduldiger Pkw-Fahrer. Was können Sie tun? Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem Drängler das Überholen zu erleichtern. Nochmal. Vor Ihnen fährt ein Lastzug, der rechts blinkt. Hinter Ihnen drängelt ein ungeduldiger Pkw-Fahrer. Was können Sie tun? Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem Drängler das Überholen zu erleichtern. Ich überhole, weil ich vermute, dass mir der Lastwagenfahrer ein Zeichen zum Überholen geben will. Also, das hier auf gar keinen Fall. Nummer zwei ist auf gar keinen Fall richtig. Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin, dass die Verkehrslage das Gefahrlose Überholen zulässt. Ja, das machen wir. Für größeren Abstand. Ja gut, also hinter uns fährt ja einer. Wenn wir jetzt den Abstand vergrößern, dann fühlt es sich ja praktisch ja provoziert, oder? Wenn wir uns absichtlich zurückfallen lassen. Also, ich werde das mal nicht ankreuzen. Und es ist tatsächlich falsch. Also, um das mal richtig zu verstehen. Vor uns fährt ein Lkw, der rechts blinkt. Aus welchen Gründen auch immer. Hinter uns drängelt einer. Und er möchte anscheinend an uns vorbei. Was können wir tun? Und wir sollen uns jetzt zurückfallen lassen. Also, sprich, mehr Abstand zum Lkw herstellen. Und dann dichter auf den Drängler. Es ist... Gut. Ja, also genauso kreuzt es halt an in der Prüfung. Und... Ja. Also, grundsätzlich hast du natürlich immer Rechtsfahrgebot. Und so wie es hier beschildert ist, haben wir drei Fahrstreifen. Dementsprechend, wenn rechts mehrere Autos fahren und wir überholen denen die Fahrzeuge auf dem mittleren Fahrstreifen, dann dürfen wir natürlich den mittleren durchgängig befahren. Den ganz linken natürlich nicht. Also, wie gesagt, du musst immer möglichst weit rechts fahren. Ah, endlich eine Frage, bei der wir die Zahlen eintippen müssen. Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren? So, Achtung, Schneeketten maximal 50 kmh. Wie schnell dürfen Sie mit einem PKW außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren? Das sind 100 kmh. Alle Fragen, die mit Zahlen zu tun haben, findest du im Videokurs zusammen komprimiert. Also, da hast du alle Fragen auf einmal, die mit Zahlen zu tun haben. Beziehungsweise, jedes Thema ist halt einzeln erklärt. Wie schnell dürfen Sie mit einem LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von drei Tonnen außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren? Das sind 100 kmh. Wie schnell darf ein LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von drei Tonnen und einem Anhänger auf Autobahnen höchstens fahren? Das sind 80 kmh. Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in einer Kolonne, die sich mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens einhalten? Und das ist so, innerorts bei 50 kmh kannst du circa zwei Pkw-Längen Abstand lassen. Das reicht aus. Also sprich, Quatsch, lass mich keinen Blödsinn erzählen. Drei Pkw-Längen, 15 Meter. Also einfach die größte Zahl ankreuzen. Welcher Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug soll außerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel mindestens eingehalten werden? Die Hälfte der Tachoanzeige in Metern. Genau. Also wenn du 100 kmh schnell fährst, dann sprich 50 Meter Abstand. Sie fahren mit Ihrem Pkw und Wohnanhänger, Zuglänge mehr als sieben Meter, außerorts auf einer Straße mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung. Worauf müssen Sie achten? Das ist wichtig mit diesen sieben Metern. Der Abstand zum vorausfahrenden muss in der Regel so groß sein, dass ein Überholender einscheren kann. Der Abstand zum vorausfahrenden darf nicht größer als ihre Zuglänge sein, um den Verkehrsraum auszunutzen. Die Geschwindigkeit von 60 km pro Stunde dürfen Sie nicht überschreiten. Also auch hier zum Thema Anhänger komplettes Thema im Videokurs. Wann muss ein Pkw mit Anhänger außerorts auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung vom Vorausfahrenden einen so großen Abstand halten, dass ein Überholer einscheren kann? Haben wir gerade gehabt. Ich habe dir gesagt, dass diese sieben Meter sehr wichtig sind. Die kommen nämlich des Öfteren mal dran. Für welche Kraftfahrzeuge gilt innerorts die freie Fahrstreifenwahl? Okay, das sind 3,5 Tonnen. Du machst ja auch einen Führerschein bis zu 3,5 Tonnen. Wo ist das Wenden verboten? Auf Kraftfahrstraßen, auf Feld- oder Waldwegen, auf Autobahnen. Also Kraftfahrstraßen, Autobahnen, das Zeichen ist ja sehr, sehr ähnlich. Kann man sich vielleicht merken, dieses blaue quadratische Zeichen mit dem Auto oder der, also mit dem Autobahn und diesem Autozeichen drauf. Sind ja sehr ähnlich. Wo ist das Halten verboten? Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der Parkplätze. An Bushaltestellen. Im Bereich von scharfen Kurven. Also ganz klar, auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen, logisch. An Bushaltestellen ist das Halten nicht verboten. Da darf ich ja halten, aber nicht parken. Und im Bereich von Kurven, ja, scharfen Kurven steht hier sogar, also da, wo es halt unübersichtlich ist. Na klar, das wäre gefährlich. Wo ist das Parken verboten? So, das ist schon mal ein großer Unterschied, weil an Bushaltestellen dürfte ich ja jetzt zum Beispiel nicht parken, aber halten. Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken. Unmittelbar hinter Fußgänger überwegen. An Taxenständen. Also aufpassen. Erste Antwort ist richtig, hier darf ich nicht parken. Unmittelbar hinter Fußgänger überwegen darf ich parken. Unmittelbar vor Fußgänger überwegen allerdings nicht. An Taxi-Ständen darf ich weder halten noch parken. Und alles zum Thema Halten und Parken habe ich natürlich auch in einem Thema im Videokurs Fit für den Führerschein für dich erklärt. Beide Pkw wollen hier parken. Wer hat Vorrang? Ja, der, der als erstes da war. Also höchstwahrscheinlich der rote, der parkt ja auch schon gerade ein. Der rote Pkw. Bis zu welcher zulässigen Gesamtmasse dürfen Fahrzeuge auf besonders gekennzeichneten Gehwegen geparkt werden? Das sind 2,8 Tonnen. Achtung, 2,8 kommt nur dran, wenn es um die Gehwege geht. Da ist die Antwort 2,8, ansonsten sind es 3,5. Welchen Mindestabstand von einer Ampel muss ein Fahrzeug beim Halten einhalten, wenn diese durch das Fahrzeug verdeckt würde? Das sind 15 Meter. Ja, nein, es sind 10 Meter. Es sind 10 Meter. Denk doch selber nach. Mein Gott, 10 Meter. Gut. An Bushaltestellen sind es 15 Meter. Und an, ich glaube es sind nur Bushaltestellen, 15 Meter. An Kreuzungen sind es 5 Meter, also vom Scheitelpunkt der Kurve. Beim Fußgängerweg sind es 5 Meter. Andreas Kreuz innerorts sind es 5 Meter. Außerorts sind es 50 Meter. Und wenn du Vorfahrt neben der Verkehrszeichen verdecken würdest, sind es 10 Meter. Wo dürfen Sie innerorts einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2 Tonnen an Sonn- und Feiertagen sowie zwischen 22 und 6 Uhr regelmäßig parken? In Gewerbegebieten. In Sondergebieten, die der Erholung dienen, auf ausreichend breiten Straßen. In reinen Wohngebieten, auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen. Also, Gewerbegebiet geht und in Wohngebieten geht auch. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeug parken? Der Anhänger darf auf ausreichend befestigten Seitenstreifen zeitlich unbegrenzt geparkt werden. Das darf er nicht, das haben wir ja schon in der Frage davor geklärt. Der Anhänger darf auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden. Der Anhänger darf auf öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden. Genau, die letzten beiden Antworten sind richtig. Also ohne Zugfahrzeug nicht länger als 2 Wochen. Es sei denn natürlich, die Parkplätze sind speziell für Anhänger gendlich gemacht. Wo müssen Sie zum Parken eine Parkscheibe benutzen? Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist? An einer defekten Parkuhr. Im eingeschränkten Haltverbot. 1 und 2 sind richtig. Im Halteverbot darf ich ja nicht halten. Also von dem her ist das Parken natürlich auch nicht erlaubt, wenn ich nicht halten darf. Also gut, eingeschränkt zum Sinne des B- und Endladen. Einen aussteigen lassen und maximal 3 Minuten darf ich dort halten. Ich darf mein Fahrzeug aber nicht verlassen. Und innerhalb der 3 Minuten muss ich da keine Parkscheibe auslegen. Eine Parkuhr ist noch nicht abgelaufen. Wie verhalten Sie sich? Sie dürfen die Restparkzeit nur ausnutzen, wenn Sie eine Parkscheibe verwenden. Sie dürfen die Restparkzeit ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen. Sie dürfen die Restparkzeit nicht ausnutzen. Natürlich darf ich dort parken und ich darf sogar Geld nachwerfen und die Parkuhr wieder aufziehen. Klar, wäre dämlich. Also bei uns gibt es keine Parkuhr mehr. Könnt ihr mal schreiben, wo ihr wohnt und ob es bei euch noch Parkuhren gibt. Sie kommen um 10.40 Uhr in einem Bereich an, in dem mit Parkscheibe 2 Stunden lang geparkt werden darf. Welche Uhrzeit müssen Sie auf der Parkscheibe einstellen? Also auf der Parkscheibe wird immer die Ankunftszeit festgehalten und du musst wissen, wenn du eine Minute nach Punkt kommst, also sagen wir um 10.01 Uhr, dann darfst du die Ankunftszeit auf 10.30 Uhr stellen. Dann kommst du um 10.31 Uhr an, darfst du sie auf 11.00 Uhr stellen. Und da wir hier um 10.40 Uhr, also schon nach halb da sind, darfst du sie auf 11.00 Uhr stellen. Gut, also mit der Parkscheibe hat das Ganze nichts zu tun, es sei denn der Automat ist defekt und es gibt keinen weiteren in der Nähe, ansonsten natürlich immer gut sichtbar hinter die Frontscheibe und es darf natürlich auch nicht die zulässige Höchstparkdauer überschritten werden. Die steht dann meistens auf dem Parkscheibeautomaten drauf. Gut, das waren 36 Fragen für heute und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.